Die Art hier kommt mir so bekannt vor. Ich kann nur sagen, Sir, in diesem Zustand ist er mir viel sympathischer. Wer hat denn das kapitale Tier erlebt? Ich! Halle. Für dich. Mit dieser Waffe habe ich ihn getötet. Ich sehe lauter Messereinstiche, aber keine Einschüsse. Das ist ja komisch, Mr. Halle. Ich habe eben, obwohl ja alles sehr schnell gehen musste, sehr genau gefielt und ihn direkt in sein Nasenloch geschossen. Weil das ja schließlich seine verwundbarste Stelle ist. Direkt durch das Nasenloch. Sehr komisch. Komisch? Du armseliger Sohn eines geizigen Schottens. Ich bin Hachi Halof Oma, Ben Hachi Abu Abbas, Eben Hachi David Algozara. Und nur dem Edelsten der Edeln unter uns ist es gestattet, einem so langen Namen zu tragen. Und wehe wem, der es wagt, an meinen Worten zu zweifeln. Und ich heiße Archibald Douglas, Jonathan Timothy, George Kenneth, Clarence Cloudwell of Galway, Bill Moore, Percival, Brian Winston, Oliver Howard, Christopher Marmaduke McPhib. Und ich wage es zu zweifeln.